Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer, ja zu einem neuen Projekt. Ich nenne das jetzt einfach immer Projekt, äh, ja, weil, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spielen wir ein neues Projekt und zwar momentan meine Lieblingsspielart und zwar spielen wir Minewar. Ja, das ist die neue Spiel, das ist die neue Spielart von, vom Mojang Minecrafter und ich muss sagen, ich habe ein neues Lieblings, äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, macht mir das echt hammer, hammer, hammer viel Spaß und, äh, ja, jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das so alles funktioniert. Vielleicht werdet ihr es schon selber gesehen haben, aber ich, ja, ich muss das natürlich auch mal spielen und aufnehmen und darum mache ich das jetzt und ich hoffe, es geht jetzt gleich mal los. Eben waren die Server down, weiß auch nicht warum, hier dieser Nolik oder wie der da heißt, dieser, dieser, also dieser Moderator da, hat, ähm, gesagt, hat, äh, hat gesagt, dass, äh, ja, dass jetzt irgendwie gestarr gestoppt wird und naja, ist ja eigentlich auch egal. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, darum habe ich 130 War Points, das ist ungefähr so wie, oder so ein bisschen so wie bei, äh, ja, wie heißt das, Trouble in Mineville. Äh, für jeden, den man tötet, kriegt man 10 War Points, soweit ich weiß und immer jedes Mal, wenn man stirbt, verliert man 5. Ja, es gibt 3 Teams und ich hoffe, es geht gleich mal los. Ja, aber so lange kann ich ja noch erklären. Es gibt 3 Teams und ja, da stand jetzt eben auch, dass es losgeht. So, also, Erklärung. Manchmal dauert das bei mir immer ein bisschen länger. Also, es gibt 3 Teams von den, nein, so, es gibt 3 Teams von den, ähm, ja, 3 Teams mit jeweils, glaub, warte, warte, lass mal, äh, 8 Leuten. Ja, und jedes Team hat, boah, lass mich jetzt, muss ich raten, wenn man dieses doofe Sand will, Sand will, wie man das, wozu man da boten kann. Ich schaffe hier gerade diesen Sprung nicht. Und jedes Team, ähm, hat, weiß ich nicht, ich glaube, 25 Leben oder so. Und dann kann man auch, wie bei Trouble in Mindville, Kisten bekommen, um Special Sachen zu bekommen, äh, sag ich jetzt mal so. Und in 18 Sekunden geht's endlich, endlich los. Joa, und so lange springe ich jetzt hier noch auf diesen, dieser erste Sprung, das ist echt der, der bescheuert, der dümmste. Bescheuert ist jetzt ein komisch Wort, komisch, ist ein komisch Wort. So, hier haben wir jetzt auch Kisten, schon Stein, wow, Steinschwert, und jetzt hier hoch. Dann laufen wir doch gleich mal da hinten hin, und ich bin Team Lapis. Es gibt Dunkelblau, das ist Lapis Lazuli. Dann gibt's Hellblau, das ist Diamant. So, nehmen wir hier gleich nochmal einen mit weg. Joa, hier gibt's jetzt ganz schön viele Kisten, und, äh, ich bleib jetzt einfach mal bei ihm hier. Weil, es ist sehr ratsam, mit anderen Leuten in einem Team zu bleiben. Hier ist schon alles weg. Was ist das? Höhle oder so? So, oh, hier sind ja noch ganz viele Kisten. Hallo, du! Ähm, wie, wo ist der denn? Der ist weg, egal. So, jetzt 18 Sekunden, dann ist Spawnschutz vorbei, und ich weiß gar nicht mehr, irgendwo gibt's so eine Base, oder wo man sich sammeln kann. Wenn man, auch wenn man stirbt, ist man dann da. Und, ich weiß nicht, wer hier oben ist. Oh, hier oben ist noch gar keiner. Okay. Man hat jedes Mal ein Goldschwert, soweit ich weiß. Also, ja, hat man, das weiß ich. Ähm, ich will hier runter, wer hat mich da abgeschossen, oder wer wollte mich da abschießen? Da ist einer. Zack! Zack! Oh, was war das? Geh ich hier mal so ein bisschen in die Ecke? Ich glaub, hier ist keiner. Da ist einer. Ist das blau, oder? Ich kann es aber durch die Wand nie sehen. Okay, der ist bei mir. So, getroffen, und... Und los kommt, ich muss ihn jetzt, ich will jetzt hier nochmal eintreffen. Da hinten ist auch noch einer, und... Das ist alles Team Gold, glaub ich. Ja. Gelb wie Gold, natürlich. Ist ja wohl klar. So, hier ist keiner mehr. Da ist noch ein Goldener, den werd ich jetzt mir... Den krall ich mir. Nein. Schießt mich denn hier ab? Nein, nein! Oh, da hat er mich umgebracht, und wie ihr seht, haben wir jetzt nur noch 125 Warpoints. Jedes Mal, wenn man stirbt, verliert man 15, hab ich zwar auch schon gesagt, aber macht nichts. Ja, gut. Leute, 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 ich muss jetzt dahin sind, Leute. Ah, scheiße, jetzt hab ich ja gar keine Pfeile mehr. Ah, ist natürlich blöd. Komm, das ist meiner. Komm, ich kill... Ja, ich hab schön... Nein, ich hab den Kill gar nicht abgestaubt. Wie mies. Wer schießt denn da? Ja, man kann sich auch Creeper-Pfeile kaufen, und wer... Wer schießt mich denn hier ab? Boah, das ist mir hier zu viel. Ah, da hinten sind irgendwer hier. Wenn man zwei Leute, glaub ich, getötet hat, kann man sich Creeper-Pfeile kaufen. Aber es sind dann immer nur zwei, nicht wie bei Trouble in Mindville 4. Es gibt sogar ganz schön viel eigentlich zu kaufen. Jetzt lauf ich hier mal weg. Oh, da hat er mich getroffen. Egal. So, ich hab jetzt fünf Warpoints verloren, und wir haben noch... ein paar Leben. Nein, jetzt... Wieso jetzt klauen die mir alle die Kills? Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, hier haben wir sogar ein Dingsschwert. Oh, das sind die... Das sind diese... guten Creeper, wie ihr seht. Okay, da haben wir zehn Warpoints, und wir haben einen Shop-Punkt. Okay. Okay, da ist einer, den... Den nehm ich mir, den gönn ich mir. Was ist der denn? Wieso? Das wird doch wohl hier nicht so schwer sein, zu zweit hier den... Oh, jetzt hat der den getötet! Mann! Da oben sind noch ganz viele. Ja, ich hab wieder einen getötet. Jetzt mach ich Slash B1. Nein, ich wollte... Oh, nicht 7 B1. Muss mich erst mal hier so ein bisschen in Sicherheit bringen. So, jetzt... Slash B1. So. Und ich jetzt, wenn ich Creeper-File hab, ist es eine 75-prozentige Chance. Das ist... Ähm... Äh, ne, eine 35... Ne, doch. 25-prozentige Chance. Das ist, ähm... Wow, wer ist der explodiert hinter mir? Irgendeiner ist hinter mir explodiert, das hab ich grad gemerkt. Nein! Okay, wieder 5 Points verloren. 100... Ha, wir brauchen... Wir müssen jetzt mal wieder ein paar Leute töten und nicht selbst so viel sterben. Hm, ja. Ich muss sagen, diese Spielart gefällt mir so genial. Das ist... So ne gute Idee. Also, da muss ich wirklich diesen Mojang-Minecrafter echt mal loben. Hier ist es noch... Ne, ist das Ding schwer. Nein, nicht mich töten jetzt. Komm bitte. Ich will nicht getötet werden. Schnell weg hier zu meinem Team. Weil es hat sich auf jeden Fall bewährt mit... Schnell weg hier nicht, dass er mich noch abschießt hier gleich. So, schön hier im Zickzack laufen. Ich hab hier auch keine Schüsse mehr hinter mir. Gut. Okay, dann kann ich das ja eigentlich mal anziehen. So. Stattenschwert in die Hand und... auf in den Kampf. Ich hoffe mal, dass mein Team jetzt hier nicht so ablust, weil ich weiß gar nicht. Nein, wir haben nur noch ein Leben. Wenn jetzt einer stirbt, Leute, dann sind wir tot. Kann ich eigentlich hier nochmal B1 machen? Nein, du darfst sie nicht töten, dann sind wir raus! Damit darfst du natürlich auch nicht töten. Ja, was ist... Was darf ich vorstellen? Hä? Hä, ich wollte doch gar nicht meinen Mitspieler töten. Was will der denn? Nein, jetzt... Ja, der ist jetzt gestorben und darum sind wir raus. Und ich würde sagen, ich hänge gleich einfach mal eine Runde hinten dran. So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu mein War. Ich hab hier, glaub ich, jetzt gleich endlich mal das Jamrun geschafft, ey. Das nervt. Ja. Leute, zum ersten Mal hier dieses bescheuerte Jamrun. Also. Geschafft. Cookie. Ja. Kommst du aber nicht. Premium. Premium. Äh, kann ich mal machen. So, Leute, wann geht's denn jetzt hier endlich los? Ich kann euch vorstellen, dass ich hier schon etwas länger springen werde. Sonst hätte ich das nicht so einfach geschafft. So, und jetzt los, bitte. Hallo, wann geht's los? Hallo, wann geht's los? Hallo, wann geht's los? Hallo! Junge. So, Leute, da bin ich wieder. Ist... Wow, kleiner Leck. Ich hab jetzt schon ein paar Mal wieder versucht aufzunehmen. Oft ist Minecraft einfach so abgeschmiert. Oder es hat einfach geleckt. Und der einsame Tod, also der Mojang-Minecrafter, ist dabei. Und das ist ja ziemlich cool. Muss ich sagen, gefällt mir. Und ich hab hier das Jamrun fast geschafft. Während ich jetzt fast, was weiß ich, wie lang gewartet hab. Und ich hoffe, es kommt jetzt eine gute Map dran. Weil sonst... Das ist... So gut. Diese hatten wir nämlich noch nicht. Das ist sehr schön. So, ein solcher Wirt hat das Spiel verlassen. Oh. Oh. Nein, wieso läuft der denn? Oh. Was für Idioten es manchmal gibt. Wirklich. Ja. Haben wir alles. Sehr schön. So, Leute. Jetzt kann ich auch wieder richtig reden. Und ich bin Team Diamant, mein Lieblings. Also, das ist die Lieblingsgruppe von mir, weil das so schön hellblau ist. Ich mag hellblau. So. Ja, ich guck mal, wo ich jetzt eigentlich hingehen kann. Und hier ist aber irgendwie, glaub ich, gar nichts mehr. Ach, weiß ich, was ich gehe hier mal mit drüber. Mal sehen. Welches Team ist hier? Hier ist Team Dings. Okay, Team Dings, ja. Ich hoffe mal, der folgt mir jetzt hier nicht. Nö. Sehr gut. Da geht's los. Wir werden nicht verfolgt. Und wie es jetzt schon wieder losgeht. Kleiner Erik wurde umgebracht. Oh. Sorry, 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 sorry. Ah, musst du mich so erschrecken. Oh. So, Leute. Jetzt wird hier gemetzelt. Ja. Gut. Ich muss sagen, dieses Spiel macht so Spaß. Was? Sind wir hier drin? Ist hier irgendeine Gruppe geste... Ja, hier ist bestimmt eine Gruppe drin. Hm. Hm, hm. Da ist einer. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Ah, da sind aber noch mehr. Böö. Sind noch mehr von meiner. Gruppe, was ist denn das? Meine, 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 ja. Wir haben schon mal 10 War Points. Und Leute, ich sag euch, irgendwann habe ich hier die 1000. Dann mache ich auch solche 1000er Aufnahmen. Weil hier kann ich das nicht endlich. Ja, schon wieder. Nein. Nein. Aber jetzt kann ich trotzdem gleich ein Slash B1 machen. Ja, zwei Creeper-Punkte. Aber ich sollte da vielleicht auch einen Pfeil und Bogen und so haben. Los. Kleiner Erik. Ach, kleiner Erik war bei uns. So. Ah, da haben wir jetzt mal. Fallen, Bogen, Fallen, Bogen, Bogen. Da ist jetzt Fallen, Bogen, Fallen, Bogen. Nein. Fallen, Bogen, Fallen, Bogen. Ja. Endlich. So, oh. Nein, ich glaube, da ist einer von uns geschont. Das war vielleicht nicht jetzt so das... Schlauste Manöver. So, hier ein bisschen um die Ecke springen, so. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Meiner, meiner, meiner. Nein. Slash B1, kann ich das nochmal machen? Nee, ich habe nicht gelesen. Schade. Nein! Da strifft er mich doch auf, wirklich. Scheiße, verdammt. Hm. Warum ich jetzt Höhe gemacht habe, ganz einfach, weil ich, ähm... Okay, jetzt fährt es eben auf dieser Höhe. Nein. Das hat er mir alles weggenommen. Das hat er mir alle weggenommen. Oh, feiner. Braucht jetzt auch irgendwas noch. Komm. Ist mir irgendwas übrig. Da ist noch eine Kiste. Zwei Kisten sogar. Ja, meins. Danke. Endlich habe ich jetzt auch was. So, unten geht es schon wieder ab? Da will ich jetzt natürlich auch mit hin. Ihr seid ausgeschieden. Kleiner Erik ist schon. Dieser scheiß Kleiner Erik. Mann. Bist so oft gestorben. War oft immer zu sterben, Kleiner Erik. Ach, naja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. War trotzdem eine schöne Runde. Ja, und... Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Kommentare und Abos sind auch nicht schlecht. Ja, und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.